Hallo, hier ist euer CrazySmeet. Kommen wir zu den guten Menschen, ich bin ein bisschen anbislagen. Gute Neuigkeiten noch bezüglich... Ich habe ein neues Levelpack gekriegt, die Simpsons. Und ich habe das Teampack mit Sokka und Harley Quinn. Die werde ich auch bald auspacken. Und ich möchte auch bald mit Sonic anfangen. Also, wo wir noch stehen geblieben? Wir waren ja, in der letzten Folge, waren wir, also das sind ja die drei Welten. Und wir haben ja Folge den Lego Style Weg geschafft. Und... Wollen wir machen... Da geht ganz kurz die anderen noch drauf. Ich bin euch zu Hilfe geeilt. Ich bin Wildstyle und ich bin keine DJ. Tja... Im Übertragen... Wir machen dann mal weiter mit der Geschichte. Geschichte fortsetzen. In welche Welt kommen wir nun in dieser Folge? Ja... Hier im Lego Dimension Let's Play. Ja... Und... Davon habe ich noch ein Levelpack. Tja... Da machen wir nun weiter. Auf zum nächsten Levelpack. Wie... Wo landen wir nun? In welcher Welt landen wir in dieser Folge? Wo sind wir? Und warum ist hier alles so... komisch? Die Sinsons! Im Ernst? Hoffe könnt ihr beide Auflösung sehen. Hey! Hau mal! Und die anderen ziehen und... Hau... Was? Hau... Hau... Geh... Geh... Die Fernbedienung... Genug fern gesehen. Finden wir raus, warum wir hier sind. Und ein Donut! Oh... Ähm... Optionen... Ja... Macht doch den... Ähm... Macht doch... ...den Untertitel an. Macht doch... Nee... Êix! Du wirst hast wohl... Los geht's. Rappen raus. Ah nah... Vaht doch... wavelengths du hast... Okey... Die erinn appelle... Oh my... G ferment... Doch, ein Fahrzeug. Ich würde sagen. Batmobile drauf. Beulenwelt, Prinzessin. Avin nicht. Stimmt ja. LOL. Wir sind nun draußen. Knecht Ruprecht. Der Stein. Interessant. Die Zeichen auf dem Gerät sehen so aus wie die auf dem Wechselstein. Vielleicht gehören sie zusammen. Jemand will uns helfen. Wer möchte uns helfen? Hm. Die brauchen wir erstmal vorerst nicht. Äh. Okay, wir sind draußen. Bart. Ähm. Baumhaus. Look at her. Wie Scoopy Divo. Zäge. Ähm. Sonic Speedster? Alter, Sonic ist 40 Jahre. Nein. Oh, nein m rush. Wie geht's mit der Brille? Auch hier. Oh, nein. Ich habe mich scared. Nein. Hm, okay. Äh. oh wow dann da ist dahin Das hier ist glaube ich Folge 3 Oh, Knecht Ruprecht Sorry, baut ihr es danach wieder auf Hm So Hä? Ah Jetsat Oh, das ist... Brauch ich das? Ein Trampolin! Ein Trampolin! Ein Trampolin! Ein Trampolin! Knecht Ruprecht! Gebrutzelt! Gegrillt! Krusty! Hallo Krusty! Jetzt gegrillt! Die Schule brennt! Bart und Milhouse freut sich! Schicken! Oh! Gegrilltes Auto! Hehehe! Krusty haut ab! Matt! Und Grandma! Oh! Krusty! Was zum Henker ist der los? Ich weiß nicht! Auf ein neues! Auf ein neues! Wer bin ich? Weisstein! Ja! Ich weiß nicht! Wann siehst du Wahnsinn? Vernunftswoord! Nein! Noch einer! Nein! Achtung, heiliger! Was ist denn für ein Apparat? Was ist denn für ein Apparat? Was ist denn für ein Apparat? Du bist nicht so gut mit dem Apparat. Du bist nicht so gut mit dem Apparat. Du bist nicht so gut mit einem Apparat. Das System wurde kompromittiert. Selbstzerstörung in T-3, 2, 1. Selbstzerstörung? Oh oh. Detonation! Achtung! Das schien nur ein Teil des Plans zu sein. Wir müssen mehr Konsolen hacken, um mehr herauszufinden. Ach du, heiliger! Spart! Die Tausende hab ich so mal. Okay, ich muss das wiederholen. Ich muss das hier aufhören. Du möchtest mir. Ich muss da hier in. Du musst das ein, wie folgt. Du musst dir das mal aufhören. Es ist nicht so schwer. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Du musst ihm voll zusammen. So, ich will zeigen, Batmobier drauf. Mach schon, du Batmobier! Oh! Was bist du? Ah! Da ist ja noch ein Vogel! Nein! Ach du! Nein! Ist da noch irgendein Vogel? Ich brauche noch einen... Okay, wenn ihr es wollt... Unternehmt alles, was notwendig ist, um diesen Angestellten in die Finger zu bekommen. Diesen Hopper J... Samson... Samson... Sim? Egal, schnappt ihn euch! Zweites System wurde kompromittiert. Selbstzerstörung in T-3... 2... 1... Detonation! Okay... Nächster detoniert... Fantastisch! Das Auto schwebt! D-3 ... Das Auto schwebt! Nein! Nein, nicht! Dann reißen wir nicht hin. Tod! Weg damit! Lass mich das bewältigen. Ok. Ach! Kann nicht euer Ernst sein! Jetzt! Die zu stören sehen jetzt! Ähm... Doch Batman. Ich bin Batman! Komm schon! Ah! Oh! Nicht euer Ernst jetzt! Sie wollen, dass... Okay! Okay! Wow! Ich will zahlen! Ich will zahlen! Dann darf man da hin! Okay! Ich kann das hier! Ich kann das hier! Da dahin, nach oben? Ah, jetzt weiß ich, wobei Dalf muss. Dann Dalf muss dahin. Ähm, kann Dalf muss dahin? Oder was? So, dann können wir den letzten System hacken. So, ähm, wer macht? Batman kommt da. Nun hackt das Ganze. Ist das sonst noch was? Ähm, nö, dann hack mal. Das Anzeichen von Widerstand gibt Macht vom Agenten und seiner Geheimwaffe gebraucht. Hm, da kommt Ärger auf uns zu. Jetzt polpriert man. Notlandung wird erwartet. Anhebung der Flughöhe wird empfohlen. Hier steht, wir sind auf dem Weg zum Kernkraftwerk von Springfield. Nicht euer Ernst. Und das? Die Bremsen sind futz. Oh! Der Kernkraftwerk. Homer Penn. Komm, das ist kaum ein Ding, kaum ein Ding. Oh, was denkt ihr, was diese träumflischen Apparate hier wollen? Quiet Style, dein Scanner. Da ist was am anderen Ende der Kammer. Vielleicht der Schlüsselstein. Sehen wir mal. So. Aber ich würde sagen. Hör auf zu speichern. Hat das jetzt aufgehängt. Aber ich würde sagen. Wir machen das in der kommenden Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann in der kommenden Folge. Da machen wir nun weiter in ein weiterer Tag im Büro. Also. Bis dahin. Wollen wir mal Zeit und Sau. Euer CrazySmeet. Bis dahin.